Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Luce und zieht euch mal rein was hier abgeht, ey. Ansturm von einem Lux, einem Panzer IV und noch einem Panzer IV und da hinten rennt man auch nicht vertreten, die könnt ihr für die Gelegenheit mal rausnehmen. So, die greifen hier gerade alle gemeinsam den Punkt an und ich sitze hier einfach mal auf dem Lux drauf, äh auf dem Panzer IV drauf, weil, ja. Oh, hier ist eine Satchel dran. Nehme ich mal einen anderen Panzer IV, wobei, dieser Nations-Dokon könnte den da noch mitnehmen. Das war's mal lieber bis das Teil explodiert ist. Einfach liegend hier im Feld, das wird mich schon keiner sehen. Ich tue so, als ob ich tot wäre. Da haben wir, ich bleibe dran ab. Ist aber egal. Ich bin voll vor dir geflogen. Ich bin voll vor dir geflogen. Alter, wer greift denn mit so vielen Panzern an? War auf jeden Fall cool. Falls euch das gefallen hat, Like oder Abo.